Seltenes Spektakel am Nachthimmel. Mit einer totalen Mondfinsternis hat der Himmel ein besonderes Schauspiel geboten. Der Erdrabant war mit einem roten Schimmer auch als Blutmond zu beobachten. In Deutschland hatten Sternwarten bundesweit nachts extra geöffnet, um zu helfen und das Ereignis zu erklären. Die totale Mondfinsternis war für die Zeit zwischen 4.11 Uhr und 5.24 Uhr gerechnet worden. Das Natur- bzw. Schattenspiel konnte man bis 6.27 Uhr beobachten.